Das war ein Frühstückszug im Fest. Wir haben vorbei, die Gagdein. Wir haben da noch ein paar Wälder. Und wir haben hier noch eine kleine Wälder. Und wir haben hier noch eine neue Wälder. Da ist die Wälder, die wir dann hier haben. Und das ist auch ein Fisch. Die Wälder ist auch hier wie ein Fisch. Was ist das? Ich bin echt gut. Wir begrüßen auf die zugestiegenen Fahrgäste im Intercity Express 29 auf der Fahrt nach Lien über Wien-Meidling, im hinteren Zugteil befindet sich die 1. Klasse sowie der Speisewagen für weitere Informationen erstellen und gerne zur Verfügung wünschen angenehme Reise Bitte beachten Sie, aufgrund einer behördlichen Anordnung ist verpflichtet in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln eine FFP2-Maske zu tragen, bitte halten Sie sich auch daran, vielen Dank Ich verstehe keine Worten Ich dachte gerne, ich werde in Deutsch Deswegen habe ich mich voll mindvoll ausgestiegen Wie ist das? Das ist schön 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 Das ist ein Jego Ich habe überlegt, dass ich den Jego kenne Das ist der Bereich also Ich bin auch schon bald da Ich hoffe, dass es geschenkt wird Zukunftsfahrung Das wurde gut Oder die Die Tasse kam Es wäre einfach cool, dass sie eine Tasse bekommen sind Ich habe eigentlich auch eine zum Weihnachten drin und schon lieber ausverkauft Oh Oder allgemein die Tassen haben alle ausverkauft Oh Gott, ich glaube, es wurde zugestellt Alter, wie geil War gestern schon noch ein Dritter War gestern schon noch ein Dritter, oder? Dann kann die anders geben Mhm Ich weiß aber nie, wie ich Päles benennen soll Äh, wie ich Päles benennen soll Ich habe mir das geschenkt Wir haben es so gutmäßig gemacht Wissens Das geht Ja, das geht Ja, das ist jetzt Ja, genau Wir haben die Bremse auf dem Weg gebracht. Wir haben eine andere Seite und wir haben eine andere Seite. Wir haben nicht mehr die Bremse. Wir haben die Bremse. Wir haben keine Bilder gemacht. Wir haben keine Bilder gemacht. Weil die Bremse hat sich vollgemacht. Freugemacht? Achso, ich dachte sie hat sich freugemacht, ja egal. Ja, voll. Ich fand sie auch so lieb, den lieber heimzufahren. Ja, das war so lieb. Schon das Lied kenne ich nicht mehr. Aber auch nur weil es einfach aus dem Prime Palace ist. Ja, mhm. Ist das die Reine? Ja. 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 Das war's. Das war's.